Mit der nächsten Übung wollen wir unseren unteren Rücken stärken. Folgende Möglichkeiten habt ihr bei der Ausführung. Wir schieben zunächst unser Gesäß leicht zurück, beugen die Knie, den Oberkörper leicht in Vorlage, nehmen die Arme nach oben und schieben die Arme vor den Kopf, vor und zurück. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, zusätzlich mit den Händen nach außen zu drücken und zusätzlich noch mal mehr Kraft in der Muskulatur zu erzeugen. Wenn der Hebel zu lang ist, gäbe es auch eine zweite Möglichkeit und ich könnte vom Knie starten und den Stab Richtung Rippenbogen ziehen.